Wo steht denn der Miteigentumsanteil im Grundbuch? Gleich auf Seite 2. Seite 1 ist das Deckblatt, wo einfach steht Grundbuch, Blatt, Nummer. Und auf Seite 2 ist eingetragen, wie hoch ist mein Miteigentumsanteil, wo ist denn überhaupt die Liegenschaft, gibt es noch irgendwas anderes, aber da eigentlich in der ersten Zeile, nachdem die Tabelle aufgemacht ist, steht es. Manchmal wird das Ganze übersehen, weil man denkt, okay, da steht einfach irgendwas random geschrieben, aber exakt da ist es zu finden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017